holen wir mal einen drachen her der drache gritt sie mal ungefähr sooo und nochmal so nein eine armee und verbrutzeln wir werden angegriffen alter übertrieben so machen wir nochmal ballrock den ballrock können wir auch gleich wenn der drache tot ist so aber erstmal genau lass eure bögen singen galadier ist tot mein freund so übrigens der fluss wird sich rot der aragorn kämpfe an meiner seite ach die beschissene geisterarmee ist da die geister oh fuck was soll ich gegen die tun oh ich hab ja noch voll zu leben alter wir müssen unsere verteidigung stärken oh was war ich jetzt kommt ein dunkler himmel aber jetzt könnte man die töten kann ich sie nicht eigentlich schwächen oder so ich hab sie auch ans augapfel nicht so wie kommt die blöde armee wo sind die geister hin nice ja stehen da einfach nur blöden dagegen rum also ich hab grundsätzlich nichts dagegen aber wenn es ihnen spaß macht das lager an aber gandalf nervt nein geiler verstarb sie kommen von überall er kommt jetzt legolas so auch was wird das denn wo kam die denn her die erbe des throns von gondor vernichtet ihn der ruchtal ist unsere letzte hoffnung es darf nicht fallen werden wir hier oh aragon oh mein gott was macht er denn aragon oh verdammt komm komm ich kann nicht auf alles achten hier so welcher steht da unten in der ecke gini boah fängt er fest cool ich werde helfen bruchtal zu verteidigen vater das zeitalter der helder ist nun vorüber oh saurons da cool abgefahren der dunkle herrscher ist hier vielleicht glaubt ihr mir nicht aber schickt sauron nicht in den kampf der ist zwar unglaublich mächtig und stark und so weiter aber gegen düsterwaldtypen verliert er trotzdem den hammerleif das ist einfach zerstört alles aber ich speichern so äh bruchtal speichern sauron ist zwar der unglaublich mächtig der typ weil er gegen diese beschissenen bogenschützen da zerfällt dir dagegen sind auch wie so ballrock ey es gab einen fall wo ich den einfach hier beschworen habe und der da in fünf sekunden tot war also so ballrock das muss man nur so richtiger vorstellen die die wird die wird weil voll kacke Fortschritte werden gespeichert schon klar nach meiner armee ist auch schon im Arsch hier so was wir jetzt mal einfach machen werden ist das hier mal die flammen feitsche bitte das ist doch unglaublich wie kann das denn funktionieren alter der lebte ein paar sekunden und ist tot ebenso wie die alle komm nicht bewegen das ist das er ist das das ist das das ist das das ist das das ist das der wer war das denn hier hinten haben wir auch noch Basis Und wir nehmen den Hexenkönig. Den Drachenfürst. Wen haben wir hier zur Auswahl? Die Feuerdrachen. Ein, zwei Kampftrolle. Ein, zwei Spinnenreiter. Ein, zwei Spinnenreiter. Schrecklicher Zorn. Könnt ich das so machen? Das wär ja schon cool. Nee, da muss er nur hinlaufen. Was wollten wir holen? Äh, nichts hiervon. Die Welt kann die Kanone hier schießen. So weit. Macht Platz. Wir haben die Höhle erweitert. Oh. Tchuuu. Der Kampf-Troll ist bereit. Miau. Traffer. Gibt schlecht. Äh. Achtung Spinnenreiter. Mach Platz. Hier machen wir noch das hier. Hier kommt Kampftrolle. Brauchen wir noch ein paar Ostklinge. Ein paar hiervon. Einmal hiervon. Ach ne, da haben wir jetzt schon ein paar Ostklinge. Was lassen wir das? Wieder mit dem Westen. Vorwärts los. Mua. Komm. Kennt mich mal. Der Kampf-Troll ist einsatzbereit. Macht sie bereit. Macht sie bereit. So, das, das. Haben die Höhle erweitert? Ähm. Vielleicht kommt die. Noch mehr Arten sind gekommen. Aufwachen meine Krieger. Noch mehr Orkkrieger. Orkkrieger. Macht sie bereit. Äh. Was? Noch mehr Orkkrieger. Zubefähig. Los. Wie viel kosten die Helden? Einhundert. Das geht noch. Der da kostet auch einhundert. Also es darf nur... Ah. Einer zu viel. So. So. Ostlinge erhebt euch. Komm. Ein... Wie viel kostet ein Ostling? 60. Speere bereit. Sammeln. Da drin. Einen Ostling-Pock opfern wir mal. Ich will schon diese Helden haben. So. Wir nach Ostlinge. Ihr kennt mich mal. Aufwachen meine Krieger. Ähm. Stachelpfeile. Auch schon gekauft. Gut. Ist... Ist die Kanone wieder bereit? Nein. Bereit. Hier. So. So. Dann haben wir noch hier Feuerdrachen. Und ein brennendes Gebäude. Der Drachenfürst ist hier. Jo. Das ist super. Ist auch wieder zurück. Dann haben wir hier die Truppen. Die Düsterwaldbogen schützen. Also kill mir mal so. Ich hab einen Trop weniger. Hm. Möchtest du hier drauf? Hmm. Wir sind hier. Jetzt geht's doch nicht. Ah. Ganzt der drücken? Was fliegt hier? Ah. Guck mal, ich bin dann. drunter 2 achtung spinnreiter macht platz gern auf so ein trommel abtun oder ne können wir nicht also warten wir noch auf den nachschule Auf den guten Collagen. Den Hexenkönig schon angemacht. Der wird aber zu Fuß laufen. Oder wie viel kostet der? 40? Ne, es reicht immer noch nicht. So, komm. Der Hexenkönig, er ist zurück. So, der steigt mal ab. Oder was ist denn das? So. Die sind mal von Team 1. So, also den können wir jetzt das Ding nochmal abfeuern. So. So. Boom. Ach du Scheiße. So. Speichern wir nochmal. So. Dann können wir gleich schon wieder angreifen. Und diesmal wird Elrons Haus vernichtet. Natürlich räumen wir noch rechts auf, aber wir werden sie eiskalt vernichten. Aber erst wenn das gespeichert ist. Komm schon, speichern wir ein bisschen flott da. Und hier ist unglaublich warm drin, ey. Sauron. So. So. Gucken wir jetzt Drachen. Ungefähr hier. Bisschen Feuer. Am besten geht der auf die drauf. Vorwärts. So. So, die können wir da hingehen. Hm. Da fällt mir ein. Ich könnte mal den da wegpusten. Diese blöde Pfeile. So. Komm. Der holt jetzt auch mal so narskull. Und der hilft mir mal ein bisschen mit. So. Gib ihm die kleinen Zornes weg. So. Dann schießt den Feuerball, mein Freund. Ich glaub, gib ihm die verpackt hier ein bisschen. Was sind da überhaupt die Ziele? Vernichtet Arme und Armstern. Besiege die Gemeinschaft. Verlassen werden. Mann. Verreckt doch, Mann. Ist er zu viel verlangt? Gib ihm nicht. Stirb. Danke. Also mehr Gemeinschaften dürfen hier nicht existieren. Aber die da. Aber die können ich auch. So. So. Da brennt noch ohne Ende. Wir werden angegriffen. So. Ah ja. So. Die Tür hier bitte. So. Bisschen Feuerspucken hier. Komm. Spuck. So. Alter. Arwen ist tot. Ebenso wie die ganze Eskorte hier. Die. Die. Wahrscheinlich meine ganze Armee vernichtet hätten. So. Da läuft sie. Allerond. In den Angriff. Die machen wir Giftschwerter. So. Und jetzt kann ich es gern versuchen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Alter. Und tot. Oh. Was macht die denn da? Aber egal. Den Rest müssen wir wohl später machen. Ähm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.